Herzlich Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Ründchen Among Us. Heute gibt es doch nochmal eine ganz besondere Runde. Also ich gucke ja immer die einzelnen Videos durch und schneide die Folgen zusammen. Und der Tag heute hat viele Besonderheiten, die so noch gar nicht so oft passiert sind. Ein sehr interessantes Play, was aufgrund eines unglaublichen Zufalls überhaupt nur zustande gekommen ist. Und ein insanes Hide and Seek Spiel, könnte man sagen. Allzu viel möchte ich euch nicht verraten, aber die Runden werden richtig top. Es sind auch keine Ahnung, sie müssten jetzt 50 Minuten Folgen sein, weil da viele schöne Sachen noch bei sind. Und die Session, die darf nicht verworfen werden, die müsst ihr auf jeden Fall sehen. Lasst kein Like und ein Abo da, ich würde mich unglaublich darüber freuen. Und genießt einfach die Show, lehnt euch zurück, ohne was zu essen, ohne was zu trinken. Und viel Spaß mit fast einer ganzen Stunde. Morgen. Taut aber so gut. Glaube nicht. Das ist jetzt ärgerlich. Tautau, Yannick und Granz haben die Quest an der Stelle da gefaked. Also gemacht, nicht gefaked. Yannick ist als zweites dran, als erstes losgerannt. Bei Tautau Aim-Künsten kann ich das natürlich verstehen, dass das länger dauert. Aber der Balken ist nicht für drei Spieler gesprungen, glaube ich. Yannick ist, glaube ich, erst gemoved, als der Balken sich einfach bewegt hat. Er stand einfach dran und hat gewartet, bis der Balken moved. Das ist schwer. Das ist halt ein Gamble. Franchi? Hab ich mich dazwischengezackt, dadurch. Nochmal was? Was? Ich hab mich dazwischengezackt, als du auf Mad Bay wolltest. Ich wollte noch nicht drauf. Ich will nur bei Vex bleiben. Das ist mein Homie. Er ist 100% safe. Du bist so commuter, übrigens. Wie kommst du drauf, dass Vex safe ist? Weil er... Pass auf, er ist runtergegangen, als ich komme bin, wollte ich die Task mit dieser Schlange machen, durch die Linien unten rechts. Und da stand da schon, hat sie gemacht, das würde als Imposter, würde Vex sowas nie mal... Ja doch, Vex lernt. Vex lernt. Hast du Juli dich auch gesehen? 100%ig nicht. Vex ist inno. Vex ist leid. Du hast doch als erstes geredet, Tautau, obwohl Crunchy reported hat. Wir haben beide, wir wollten auch beide geschrieben. Ja, das wollte natürlich jeder. Der hat auch bis jetzt noch nichts gesagt. Crunchy, jetzt sag mal was. Äh, ich hab ne Leiche gefunden, also nicht gefunden, ich hab ne Report-Button aufgeploppen gesehen. Das ist dasselbe, oder? Ja, eigentlich schon. Aber auf jeden Fall, äh, sind wir, ich hab grad eben, ähm, wir standen irgendwie zuviel am medbay, glaube ich. Ja, da, du, du, ich und wer noch? Ja, Crunchy war da auch, Crunchy war da auch, ja. Ja, ich war bei, da, aber schlau. Und hab auch gepasst mit euch da, und hab mal so, okay, ihr könnt euch gegenseitig gut hören, dann bleib ich mit da. Ähm, dann ging, glaube ich, das Licht aus, nämlich nach links gelaufen. Und dann, die liegt da irgendwo bei dem Loch oder so, oder, Tautau? Ja, die müssen entweder in den Raum, im Gang von dem Ding, oder in den Raum, wo du Temperatur bist. Ja. Ja, Janik, was willst du sagen jetzt? Ich will sagen, du bist mir ja hinterhergelaufen, als ich aus Medbay wieder raus bin. Ja. Und ich bin dann rechts rum, das ist ein Konturding, und mir kam Juli entgegen, und dich hab ich danach nur nicht mehr gesehen. Das ist nur die Info, die ich teilen wollte, erst mal neutral hier. Ach, scheiße, ich dachte, du wolltest sagen, dass einer aus dem Vent kam. Nicht, dass ich der Förder... Nein, Janik, wieder weg, wir brauchen... So, Tautau, was hast du gesehen, Medbay? Ich hab genauso wie Crunchy den Sportpartner aufploppen gesehen, und für mich ist Dardos verdächtig. So, Janik, du warst doch der letzte Mal, dass du mit uns im Medbayern warst. Ich dachte, der Mord wurde gemacht und die ist daraus gewendet. Ich hab mit Vex und mit dem Razor gekuschelt. Ja, ich hab Crunchy dich einmal gesehen, meine Damen und Herren. Ja, es stimmt. Das heißt aber, Janik hat einen relativ guten Punkt eingebracht. Juli ist wirklich nur... Juli muss ein Instant-Kill und Report gewesen sein. Also, da kann das... Juli... Okay, ganz ruhig. Ich möchte nur kurz... Darf ich bitte? Ich hab das hier gekostet. Du hast gedrückt, ich hab die ganze... 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 Du bist wesentlich älter als ich. Natürlich bin ich schneller. So, also, ich möchte kurz anmerken, dass das, was Janik gesagt hat, eigentlich das viel Interessantere ist. Juli ist wirklich kurz vor dem Report an uns vorbeigelaufen. Da war nicht viel Zeit, dass irgendwer abgehauen ist. Das muss Kill und Report gewesen sein. Also, da war nicht viel Zeit. Juli ist genau vor... Also, ich hab bis zum Ende jetzt grad nicht gecheckt, dass Juli das war, die gestorben ist. Und die ist zwei Sekunden bevor Reporten wurde an mir vorbeigelaufen. Da war keine Zeit. Also, wenn du... Wenn du dir... Aber ich... Lass mal von Dardosh... Lass mal von Dardosh... Ja, pass auf. Dass du das gedrückt hast, würde ich immer noch... Okay. Also, wir waren zu... Ich, äh... Wie gesagt, für mich ist Vex hundertprozentig safe. Und wenn er mich jetzt geplayt hat, dann ist mir das egal, ja? Nee, Vex ist safe. So, denn, genau das wollte ich erzählen, Eraser stand nämlich mit Matt Bay und hat, glaube ich, Vex jetzt konfirmt, dass er safe ist. Somit ist Vex hundertprozentig sicher und ich war mit den drei aufeinander, aufeinander, auf dem Stack, als dieser Report kam. Das bedeutet... Okay, und warst du jetzt mit Grants und Krum dran? Ja, aber Tauta, du schießt voll am Ende einfach gegen mich völlig random. Beide sind zum Spektal davon, dass du mit denen nicht gesehen hast. Kannst du bestätigen, dass ich bei dir, dass die drei da oben beim Matt Bay waren, weil ich war halt die vierte, die da war? Nee, ich kann dich nicht bestätigen, ich hab dich nicht gesehen. Doch, sie war da, doch sie war da, aber sie war da, aber sie ist auch mit Grants gegangen. Sie ist gegangen, bevor ich war allein. Crunchy ist gegangen, bevor das Licht ausgegangen ist. Ja, aber wenn ich mich wieder durchziehen, dann würde ich meinen, das Licht anmachen. Dann kann es halt nur ein Self-Report von Crunchy gewesen sein, Grants oder Krum dran, was anders gibt's nicht. Na, im Moment, du genauso. Ja, aber ich war ja überhaupt nicht, also dann hätte mich ja eher jemand gesehen, egal wo ich lang geraten wäre. Ja, ich verstehe es auch nicht. Okay, also ich möchte nur anmerken, dass nur Tauta oder Crunchy, außer es kam noch wer im Dunkeln von links oder so, das überhaupt zeitlich hätten machen können. Und alle, die auf Matt Bay standen, dürften, wenn ich mich nicht ganz bezeichne, den Mord auch gar nicht. Also ich glaube, so weit wird Julie gar nicht gekommen sein. Ich hab keine Ahnung, also... Das habe ich ja fast gechockt. Die Info, die Yannick da gedroppt hat, ist mir einfach nicht eingefallen. Meine ganze Annahme beruhte da drauf. Oben rechts wurden wir umgebracht. Julie wendet raus, also von über das Loch im Badezimmer, direkt außerhalb der Wand und läuft Yannick und mir entgegen. Und ich dachte die ganze Zeit, Yannick will sagen, Darlow, du hast doch auch gesehen, wie Julie uns entgegenkam. Das dachte ich war... Brain of car. Scheiße, wen habe ich denn damals... Doch, Yannick war eigentlich gut. Natürlich super gefährlich für mich. Weiß... Weiß ist weg. Es... Ah, scheiße, liegt er auch hier? Ist das ärgerlich. Da liegt Rosa, oha. Okay, das sind dann schon drei Tote jetzt. Ich hatte so gedacht, dass nur, weil es nur ein Kill war, dass er nicht am Licht liegt. Aber er liegt am Licht. Der Idiot, wieso läuft er auch weg? Wieso ist er denn nicht bei uns geblieben? Wieso läuft er weg? Er hat es wieder verdient. Okay. Aber... Hä? Es sind jetzt drei Leute gestorben. Okay, Destiny, erzähl mal. Also, Grants habe ich schon davor auf Weitels gesehen, dass er schon eine längere Zeit tot gewesen ist. Ich glaube, sogar bevor das Licht ausgegangen ist. Kann nicht sein. Als das Licht ausgegangen ist, genau in dem Augenblick, war er bei uns. Aber ich... Also, dann muss es aber kurz... Dann muss es genau in der Sekunde gewesen sein. Dann kannst... Aber, nee, der Kill... Wo ist er denn? Ich kam aus... Den schließe ich aus. Den schließe ich vielleicht. Der plötzlich hinterher gelaufen ist, war Tautau. Die Annik war nicht da. Crunchy und Kunda. Doch, ich kam auch noch dazu, beim Lichtschalter oben. Tautau, wo warst du da? Tautau, von wo wirst du gekommen? Ich war bei euch. Ich war unten bei Weapons und dann haben wir uns da getroffen. Ihr seid hier von Communication rausgekommen alle miteinander. Das ist interessant. Das ist interessant, weil Wechs habe ich gefunden, über Weapons, beziehungsweise links von dem Communications-Raum da. Okay, dann ist es interessant, weil Tautau ist nicht gewesen... Tautau kann es nicht gewesen sein. Weil ich bin... Ich bin ihm hinterher gelaufen, dass es über Wechs, weil er so ein Tierchen hinterher rennt. Und dann plötzlich habe ich Tautau gesehen und habe mich mega erschrocken. Weil ich ja Tautau dachte, dass es ist. Das heißt, es kann nicht sein, dass die Leiche da vorher lag. Das geht nicht. Ja gut, dann sind es Yannick und Kundran. Weil die beiden sind die einzigen, die nicht beim Licht waren. Ja, ich war nicht beim Licht. Und Kundran hat beim ersten Kill und Juli auch kein Alibi gehabt. Aber der erste Kill bei Juli, der kann... Ich meine, Dalu hat gesagt, es kann nur Crunchy oder Tautau gewesen sein. Nee, Destiny hat er gesagt. Nein, ich war doch mit Dalu unterwegs. Schau her, beim ersten Kill kann es jetzt so, dass der Grants tot ist und der auch kein Alibi hatte, könnte es nur Crunchy mit dem Selfie-Report gewesen sein oder Kundran meiner Meinung nach. Also laut Dalu kannst es auch du's gewesen sein. Ja, ich weiß, aber ich weiß. Wir müssen voten. Ich bin für Crunchy für den ersten Kill und ich jetzt nicht glaube, dass es Tautau war. Deswegen war es für mich beim ersten Kill Crunchy oder Destiny. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Würde ich sagen, was? Könnte es Fehler sein. Ich, keine Ahnung. Ich gehe einfach auf Crunchy, ihr macht, was ihr wollt. Es ist zu spät von Dadosch. Oh Mann, warum immer ich Dadosch? Alter, wieso? Ich habe doch nur gesagt, ich mache das. Ja, aber warum ich? Weiß ich nicht. Ich hatte die ganze Zeit Dadosch. Scheiße, dass die Kunden... Wer hatte Kundran ins Rennen geschmissen gerade? Das war Tautau, ne? Tautau hat gesagt, Kundran... Ich glaube, Dadosch könnte den Poster-Bug haben, wenn es jetzt wirklich nicht Crunchy war. Aber hätte er sich dann nicht auf einen anderen gestürzt, Dadosch? Er wird den Poster-Bug haben, vielleicht. Muss natürlich nicht. Aber der Call, dass wir einen Voten müssen, der früher kommen können. Und dann sagst du so, wir voten auf jeden Fall bei 15 Sekunden. Dann kommt der Letzte, wen geben wir dem Call? Ah, ne, kein Imposter-Bug. Sehr gut. Cool. Hoffentlich konnte ich die Runde damit noch ein bisschen retten. Keiner tot. Also ich glaube, sie war's, weil ansonsten wäre ein Double-Pill passiert gerade, oder? Ja. Ein Poster-Bug ist relativ simpel. Du wirst einfach hundertprozentig Imposter, bis du die Lobby neu machst. Auch dafür, auf sie zu wuchten. Deswegen gehe ich davon aus, dass Tautos safe ist. Eraser ist für mich hundertprozentig safe. Ich habe eine Frage. Ja, erzähl. Als Julie gestorben ist, die hat doch Dalu confirmed. Und Dalu hat doch irgendwie eine Theorie aufgestellt, dass die erst ganz kurz tot sein konnte. Yes, deswegen Yannick auch. Genau, deswegen war ja sein Verdacht auf Yannick. Wollen wir da nochmal reden? Moment, das hat er gar nicht gesagt. Ich kann's gar nicht gewesen sein, weil ich hätte an Dalu wieder zurück vorbeilaufen müssen. Ich kann nur ein Selfie-Pod-Basis sein. Also laut Dalu konnten es nur Crunchy und Tautou gewesen sein. Ja, genau. Ich bin als letztes aus dem Ecke raus und in den Raum, wo du die Sonde aktivierst und die Temperatur einstattest. Das heißt, das Leben doch noch zwei Imposter? Ich habe sofort gespammt, aber Crunchy war schneller. Deswegen auch der Selfie-Report. Also, ich weiß nicht. Also ich glaube, fast Tautou muss ich gestehen. Vielleicht liege ich damit auch falsch, weil er war auch ziemlich dafür, dann Crunchy auszuschießen. Du musst es doch jasper sein, oder? Ich glaube halt, es sind keine zwei Imposter mehr. Also für mich können es jetzt nur mehr Kundern oder Yannick sein. Ja, für mich auch. Und die Frage ist jetzt, wer von beiden ist es? Ja, also wir müssen ja jetzt nicht voten. Das sollten wir auch nicht tun. Wir sollten doch skippen. Aber ja, also ich weiß nicht, ob irgendjemand auf irgendwas geachtet hat oder so. Also Yannick ist für mich verdächtig als Kunde. Ja, ich habe aber eine Frage. Guck mal. Wir sind jetzt noch fünf und wir sind uns drei ja relativ sicher. Also ich, Dardosch und Tautou, dass wir es nicht sind. Aber lass uns einfach Task weitermachen, weil der Imposter ist alleine. Wenn sie Task machen, gehen sie davon aus, dass Crunchy 100% war. Ach, du wolltest beide raushauen, oder was? Ja. Das ist aber wild. Das ist wild. Ich würde skippen und einfach Task weitermachen. Ich glaube... Köpfe rollen. Ich glaube, ich hätte auch noch einen rausgeschmissen. Ich muss gestehen, Tautou ist für mich safe, aber nicht hundertprozentig. Also ich glaube schon, dass er safe ist, aber es könnte noch sein. Ich glaube, sie hätten noch mal einen rausvoten sollen. Deswegen Vertrauen nur, Jasper hundertprozentig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es zwei Imposter sind oder einer. Dardosch wird es nicht sein, ansonsten zögert er das Just for Fun raus, weil Emergency zu callen war irrelevant. Kundran kann hier leider keinen töten, weil Yannick auf Tautou wartet. Wer war noch... Also ich glaube, wenn Kundran Tautou killt, genau, und jetzt der Report kommt, kann er das in die Schuhe schieben. Warum? Wait, was? Genau das ist nämlich jetzt das Problem, was ich ihm angesprochen habe. Nein, ich habe dich gerade noch gesehen. Du bist bei mir. Und das Ding ist, ich bin auf dem Weg Richtung Elektrogerad gewesen mit Kundran und Tautou. Also ich habe dich nicht gesehen, bei mir war das Licht aus. Ja, wir waren davor ja zusammen und dann habe ich gesehen, dass wir zusammen den Gang gerade hochgegangen sind. Dardosch, was meintest du gerade? Die Tür aufgemacht. Erst mal, wie gesagt, ich habe gesehen. Jasper macht wieder Jasper Sachen. Okay. Also ihr betitelt euch beide gegenseitig wahrscheinlich dann. Also ich würde Kundran betiteln. Ich habe Jannick nicht gesehen, weil das Licht heraus war. Also Jasper war ja sowieso safe. Jasper, wieso bist du Penner direkt weggelaufen? Ja, weil ich immer noch diese Task... Ja, aber der läuft doch nicht alleine, warte doch auf mich! Hast du denn irgendwas gesehen? Ja, dich am Ende, weil ich dich gesucht habe. Ich stehe jetzt neben dir. Das heißt, Kundran und Destiny sind einer von beiden safe. Ich meine, faktisch können wir immer noch auf Quests gehen, weil es ist ja nur noch einer da jetzt. Ich weiß nicht, also I don't know, ja. Dass Crunchy 100% Impostor war, ist erst vor zwei Sekunden klar gewesen, als Kundin eingekillt und es nicht vorbei war. Konnte Jannick nicht... Hatte ich halt auch noch das Gefühl mit der Dalu-Sache am Anfang. Dalu hat mich nicht mal verdächtigt. Ja, aber du hast ihn direkt verdächtigt. Also du hast direkt, bist du in die Verteidigung gegangen. Ich meine, Kundran ist immer Kundran. Egal ob er Impostor ist oder nicht, bei ihm weißt du es nicht. Ja, also du redest halt nur das Nötigste und dann, ja. Auf wen hat Tautau eben geschossen? Mehr? Jasper macht wieder einen Jasper, das ist echt krass. Das war völlig irrelevant. Aber es ist natürlich lustig, aber Jasper, Jasper hat wieder... Aber Jannick genauso wenig. Also der erste Key konnte ja laut Dalu eigentlich nur Crunchy und Tautau sein. Da war ich... Ja, aber da haben wir Crunchy ja schon wahrscheinlich überführt jetzt. Okay, dann skippen wir tatsächlich in der Suchtabankung, wa? Okay, dadurch, wir bleiben zusammen. Ja, ist klar, wir können auch zu viel zu bleiben bleiben, wenn wir wild sind. Hat denn von euch noch eine Tasse? Ah, ich nicht. Ja, alle. Wat? Ich hab noch voll viele. Wot, na klar. Wie oft, Dalu's Aussagen vor seinem Ableben als Begründung hergezogen werden, wird auch mal Zeit. Nur, dass sie diesmal wirklich abgeändert wurde. Ich hab Jannick nie verdächtigt. Also Jannick war für mich in dem Fall safe. Also Jannick war es halt wirklich gar nicht. Das hat Jasper wieder ein bisschen gedreht, das ärgerlich. Also, wie könntest du jetzt ein Stackkill bespielen? Ja doch, so ist eigentlich perfekt. Ah, das war die Chance. Das war wirklich die Chance. Er hätte dadurch treffen müssen. Er hätte wirklich dadurch hitten müssen. Ey, er kann's nochmal versuchen mit dem Licht. Du kriegst sie halt jetzt nicht mehr auseinander. Jetzt, jetzt, Kunran. Oh, ich gönne es ihm jetzt so ein bisschen. Das ist, das ist der Kill. Hm. Jetzt hätte er Jannick killen können. Hätte er Jannick hier umgebracht, hätten die die Leiche vielleicht in 20 Sekunden nicht gefunden. Oh. Das ist natürlich so ärgerlich. Also, es gab wirklich zwei Chancen, jetzt hier was zu bespielen. Wenn Dardos jetzt zum Button rennt, um Jannick zu flamen, weil Jannick nicht da war. Oh, Dardos. Oh, Dardos. Er hat keinen Report mehr. Aber vielleicht kommt Jasper und macht das jetzt für Dardos. Oh, du bist mein Held. Du bist mein Held. Du bist mein Held, Jasper. Ich wollte noch, aber ich hasse einen mehr. Es ist Jannick hundertprozentig. Ich wusste es. Weil Kunran hat ihn ausgemacht auf der rechten Seite. Ich habe mir gedacht, dass er... Oh, mein Gott. Du wirst Elektronen... Du wolltest Kameraden mal irgendwo wenden. Ich dachte, Kunran wäre tot. Ich wollte gucken, wo ihr alle hingeht. Ich war nur auf Safety bedacht. Nein, das würdest du nicht machen. Da war doch schon Diasper. Du würdest zu den Gehaktor gehen, um zu gucken, ob dein Leiche liegt. Da bin ich danach hochgegangen. Ich bin beide abgegangen. Alle Imposter hier. Kunran wird doch nicht als Imposter das Ding ausmachen. Die einzige Crew. Das wäre die perfekte Gelegenheit gewesen. Es ist keiner hingekommen. Du warst alleine, Kunran, rechts. Ich war komplett alleine. Wieso, wenn du jetzt Keyword bist? Der einzige Crew. Darum gehst du nicht zu... Du kannst doch nicht einfach irgendwo... Ich wollte euch im Auge behalten. Ich wollte gucken, dass wir immer so ein bisschen zumindest zusammenbleiben, damit ich, wenn einer tot ist, sagen kann, wer es war. Aber, ja. Wir haben ja keinen großen Zeitdruck, die Dinge auszumachen. Da kann man ja auch mal die drei, vier Sekunden investieren und nochmal gucken. Das war nicht mehr so lang. 30 Sekunden insgesamt noch. Eben. Ja, aber ein paar Sekunden war das. Dadurch, was hast du gemacht? Also du bist ja zuerst mit mir nach links, ne? Ja. Und dann habe ich ja die Hand drauf gehalten und deswegen dich mehr gesehen. Bist du dann nach rechts gegangen und hast Kunran gesehen? Ich bin nach rechts... Also ich habe extra lange gewartet, um nach rechts zu gehen und zu gucken, ob ich einen Live reporten kann. Weil der Kill-Coudown wäre zu hoch und dann hätte ich entweder den Reaktor ausgemacht oder hätte die Dings ausgemacht. Ich weiß, dass Kunran den ausgemacht hat, hundertprozentig, weil Yannick habe ich nämlich gesehen, wie er unten langgegangen ist in den Kameraraum. Und das macht keinen Sinn. Du würdest nicht nach uns suchen in einem Kameraraum. Ja, vor allem während Reaktor. Ja. Ja, aber warum sollte ich euch beide suchen? Ihr wart ja beide zusammen. Ich würde ja nicht zwei Leute suchen, sondern ich hätte mir den... Du weißt, gut, den Einzelnen sich vorgegriffen macht auch keinen Sinn. Ich worte Yannick, wenn er es nicht ist, GG Kunran. Gut gespielt. Wir sollten einfach nicht worten. Wir sollten einfach weiter skippen. Für mich ist es Yannick halt. Der Move macht keinen Sinn und wenn er es jetzt nicht ist, dann krass. Dann würde ich gerne trotzdem wissen, warum. Oh Gott. Das Einzige, was jetzt smart wäre, wäre die Tasks zu machen und nicht zum Licht zu gehen und sich vor Kunran zu verstecken. Das wäre doch ein geiles Ende, wenn die jetzt einfach Tasks machen gehen. Scheiß auf Licht. Das aber ist dadurch... Ja! Oh, das wäre halt noch so geil. Wenn das jetzt der Mute wird. Wenn das jetzt der Move wird. Halt und Sieg mit Kunran. Weiß Kunran mittlerweile auch, dass sie sich verstecken. Das wäre voll das gute Game. Oh, Kunran ist nicht mehr hier. Wo ist er? Der Killer ist on the loose. Das ist die gefährliche Task. Wo ist denn der Killer? Der sitzt im Loch, oder? Ja, Spahn. Die Türen sind laut. Pass auf. Nicht zum Emergency. Geht nicht. Licht ist aus, Jasper. Ihr müsst weiter Tasks machen. Dadurch ist Esteroids. Das ist richtig gut. Das ist eine gute Quest. Wo ist Kunran? Er verliert echt. Das gibt es gar nicht. Eine Quest noch. Bin ich es? Nein. No way! No way! Wie krass war das? Was? Du hättest den Alarm machen sollen. Wie kommt nach so einer Fehlentscheidung doch noch das Ding holen? Ich wollte es sagen, ey. Aber Yannick, warum gehst du denn da unten lang in deine Kamera raus? Ich habe es doch gesagt. Siehst du? Ich habe es doch gesagt. Ich habe es doch gesagt. Ich hatte Angst. Crunchy und Darlou können es nicht gewesen sein. Crunchy und Report Butto? Wer kann es nicht gewesen sein? Nein, können sie aber nicht. Ist vorbei gelaufen. Wir vorbeigelaufen, dann ist es aufgeleuchtet. Das war in der Höhe. Wer kann es nicht gewesen sein? Dalu, Crunchy und meine. Daraus können es gewesen sein. Wax, Juli auch nicht. Der Haul, Alter. Das war dem Electric mit Granz und Wax. Genau, genau. Zwei Leute haben sich gewendet und neben Wax gestellt. Und Wax, oh Leute. Meine neuen Freunde. Die sind safe. Wir bleiben nur noch drei. Das ist doch schon mal weit. Ich bin und ich bin und ich bin in Storage. Ja, ich war auch, ich bin auch nach unten gegangen. Kato, wir haben ja beide den Download bei Weapons. Du bist ja dann Opfer. Oh, das stimmt leider auch. Moment, Juli, du bist bei mir und Wax. Warte, Juli war bei uns? Ja, Juli war bei uns. Wax, Wax. Juli war doch genau neben dir, Wax. Wax, du musst auch einen Blick auf den Wendt haben. Juli auch, Juli war auch mit da. Ja, ich wollte dich sehen, ja? Ja, doch mal, wo warst du? Wie kann man die Banane tun? Ich habe niemanden in diesem Spiel gesehen. Ich war Communication und bin dann unten lang zum Reaktor. Und ich stehe jetzt ungefähr vor Electric. War es kurz in Mad Bay, oder? Habe ich auf den Camps gesehen? Nein, in Mad Bay war ich in meinem Leben noch nicht. Du musst die beiden doch auf Höhe, du musst Keto doch gesehen haben zum Beispiel, oder nicht? Nee, eben nicht. Also ich habe ihn ganz kurz nur gesehen, nur sein Name, dieses For the Win, als er nach unten Richtung Shields gelaufen ist, ja? Da bin ich noch Richtung Navigation gegangen. Und warte mal, war ein Leichen? Aber er ist Richtung Elektro gegangen, nicht? Mad Bay. Ja, und da kam er her? Oder wie? Nee, anscheinend nicht. Nee, ich kam gerade noch vorne. Nein. Also ich habe wirklich, ich habe leider, ich habe leider das Gefühl, das sind Grants und Julie und die Nutzen Wex. Hallo, Grants. Also mich hat Wex ja wohl wenigstens gesehen. Die waren plötzlich einfach ein Leit. Wo ist die Grants? Die Wex, ey. Ach man, jetzt haben die Wex um den Finger gewickelt. Das ist ärgerlich. Scheiße. Einfach ein Wex Abuse. Hallo, hallo. Hallo? Hallo? Mir ist das Self-Report. Sehr gut. Ich habe nie gesprochen. Was, was willst du sagen? Ach so, die Leiche. Ja, die Leiche liegt in Admin. Aber Wex, ich habe mal eine Frage. Wo bist du eigentlich direkt nochmal anfangs hingelaufen? Ich bin von der Kapitänie aus nach rechts gelaufen. Ja, und wohin dann? Ja, nach unten zu Shields. Okay. Und dann? Ja, ich war zuerst bei hier, wo mir die Wetter rauslässt, bei Oxygen. Aber das Licht war doch aus. Ich möchte eine wilde Theorie in den Raum schmeißen. Hast du ja eben schon. Ja, aber ich will da nochmal ansetzen. Ich glaube immer noch, dass es richtig ist. Ich glaube, Grants und Judy sind am Anfang nach links gelaufen, haben dort Kunran abgemurkst. Ach so. Ich glaube, also das ist halt wirklich nur wild. Grants hat den Kill gemacht. Judy hatte Kill noch ready. Grants und Judy haben die ganze linke Seite abgesucht. Da war aber niemand. Und als sie bei Vex in Electric angekommen sind, stand Grants schon daneben. Judy kam aber zu spät, weshalb man den zweiten Kill nicht machen konnte. Und dann wurde Kunran reported. Nee, wir waren ja sogar noch mit Vex dann zum Reaktor gelaufen. Ja, das ist schon mit mir gelaufen. Wie kannst du denn das beide nicht gesehen haben? Und warum kommt Dalu jetzt mit so einer Geschichte von der Erdenkunde? Hä, das habe ich gerade auch schon gesagt. Er ist auch schon rausgeworden. Wollen wir uns mal gucken, was das mit Dardosh ist? Wo war er? Der Admin, da wo Grants war, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ja, war ich auch tatsächlich. Aber Tautor war noch länger da. Oh. Ja, ich bin dann rausgekommen. Das ist eine wichtige Gegenruhe. Ich bin dann rausgekommen, weil das Licht aus war. Es war Licht aus und ich bin nicht gering. Ja, aber du warst trotzdem länger da. Du hast ein Messer schnell in Dardosh reingesteckt. Wex, warum hast du das Licht nicht angemacht? Crunchy, du bist dem Weg mehr auf dem Licht. Ja, aber du bist ja an die Ding gegangen, an die Wires, oder? Nee, hast du nicht. Also Eraser ist einer und Tautor und Keto, davon ist auch einer. Ja, ich bin eingelaufen. Aber das Licht war doch aus, als wir uns noch bei Shields gesehen haben. Ich habe das Licht aus und ich bin rausgekommen, weil ich nicht elektrisch gesehen habe. Wex, du hast anscheinend nie jemanden gesehen. Ja, ich habe auch niemanden gesehen von Dardosh bis Shields. Niemand hat das gesehen. Hat er kein Licht? Hat er kein Licht? Meine Maske ist echt schick, oder? Schleich dich. Ach man, der bringt mich jetzt um, aber dann kann Julie das sehen. Ich nehme meine Geschichte aus der ersten Runde nochmal zurück. Ich glaube, Grants wurde von Wex gesehen in Electric. Und damit schließe ich ihn aus. Kurze Frage, wer war jetzt bei den Camps? Ich. Und da Julie hat gesagt, es wurde in der Cafeteria gebräuchert. Ja, aber... Rechts von Dardosh liegt auf der Crunchy. Hallo, lass mich jetzt mal ausreden. Nein, Tautor, ihr seht. Ich habe die Leiche bei Navigation gefunden. Tautau, ist nämlich mal Koffi-Tabia runtergelaufen. Hallo, ich sehe gerade noch links Dalu und Crunchy. Check, check mein Stream. Nein, check die nicht. Was? Ja, wenn ich gerade mit euch rede, sehe ich links Dalu und Crunchy. Ach so, ist das von der... Wir sind am Tisch. Quatsch, 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 ich habe Blacks Leiche in Navigation gefunden. Wen hast du im Gang gesehen vor Navigation zuletzt? Außer mir. Also du bist da in der Cafeteria runtergelaufen. Aber Julie war Navigation, die Leiche Crunchy liegt ganz rechts im Cockpit. Ja, aber Julie hat gesagt, aber Julie hat gerade eben gesagt, dass sie eine Leiche im Cafeteria gefunden hat und da ist Tautau. Das heißt, die beiden haben sich entweder gerade selbst rausgeschlossen. Nein, ich sehe mich, ich habe keinen Satz mehr gesehen. Dann ging das Licht aus und ich bin da runtergegangen zur Navigation, weil ich doch schon mal eine Cafeteria habe. Wir müssen einen voten. Meiner ist falsch. Aber warum blamen die sich gegenseitig? Aber die flamen sich gegenseitig, das kann nicht sein. Ja, weil Tautau hat ge-reportet, da hat Julie direkt raus geschrien, hey, da ist eine Leiche im Cafeteria. Weil sie dachte, ich wollte zu mir reporten. Ich bin gerade reingeschommen. Ich wollte so viele Tote. Tautau, 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 schleicht euch. Ich möchte hier einmal zu bedenken geben, dass wir so viele Tote haben, dass es eventuell auch mal wieder da, Lukas. Nein. Was? Ich habe jetzt gar nichts gemacht. Hä? Hä? Tautau hat Julie verteilt, äh, hat irgendwie geblame. Tautau, da wo du warst, war eine Leiche. Ja, in Navigation ist auch eine Leiche und da war Julie. Ja, die haben wir die Call Cup. Kacke, haben wir verloren. Kacke, die Runde ist weg. Komplett weggeschmissen, die Runde. Ja, war ein Scho, gell? War nicht. Ah, komm mal, lustig. Würden die sich gegenseitig flamen, weil beide die Leiche des anderen gefunden haben? Hahaha. Hahaha. Das wäre halt auch richtig gut. Julie bringt vorne im Cockpit einen um, dann läuft Tautau dahin. Tautau läuft in die Cafeteria und, äh, findet dort Julies Leiche. Ich glaube, so ist es gewesen. Die Zeit ist so knapp für das Ding. Wenn sie hier steht, bin ich tot. Ich hab's noch gedrückt. Dankeschön. Ich glaube, ich war sonst tot. Wer hat den Button oben rechts gemacht? Äh, ich und Julie. Ja. Dann ist es Crunchy. Ich muss sagen, ich muss sagen, Julie hat ganz schön lange gebraucht, um das Ding einzugeben, ja? Okay, pass auf, pass auf, jetzt komm ich, jetzt komm ich. Ich versuch's. Ja, ist an, ist an. Also, Julie und Tautau sind in der letzten Runde beide nach rechts gelaufen. Wollten dort einen Double-Kill planen. Der einzige Idiot, der mitgelaufen ist, war ich. Und ich habe, als die Runde acht Sekunden am Laufen war, habe ich mir gedacht, scheiße. Ich muss hier weg. Bin wieder in die Cafeteria gerannt. Julie ist ins Cockpit gelaufen, hat einen umgebracht. Tautau ist in die Cafeteria gelaufen, hat einen umgebracht. Dann haben beide die Plätze getauscht. Und die gegenseitige Leiche gefunden. Und dann mussten sie sich gegenseitig blamen. Und sie mussten, weil keiner die Schuld auf sich nehmen wollte. Ich habe Tautau nicht geblamen. Doch. Ey, mal eine Frage. Wie hoch ist der Kill-Cooldown? Äh, 22 Sekunden, aber acht Sekunden nach unten starten. Keto, du bist doch am Leben, oder? Ich muss ganz kurz fragen, weil Crunchy und Eraser, die sind mir ja ganz verdächtig hinterher genommen. Keto, ich bin dir die ganze Zeit hinterher gelaufen, weil du das Licht angemacht hast. Und dann dachte ich, okay, du wirst kaum das Licht direkt ausmachen. Und du warst ja auch der Erste, der wieder da war. Dann bin ich dir die ganze Zeit hinterher gelaufen und dachte, bleib bei mir, bleib bei mir, weil dann Crunchy kam. Okay, das Einzige, um die Runde zu retten, das YouTube-Video, wenn es gut ist, ist Julie rauszuschauen. Hä? So ein Gelaber. Ich hätte Keto doch sowas von töten können. Nein, du hattest gerade eben erst irgendeinen umgebracht. Crunchy, wen hast du gewartet? Wir waren ja eigentlich zum Glück, waren wir auf der Linken. Nein, 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 wir wollten nicht Julie. Zwei Leute mal bitte skippen. Leute, Keto. Die Sache ist einfach. Ich glaube, Julie ist es doch nicht. Doch, es ist Julie. Nein, 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 nein. Cut, cut, noch mal neu. Nein, weil Tau-Tau hatte Julie, glaube ich. Dankeschön, Dankeschön. Keto hat mich gewartet, ich verstehe schon. Ah, Crunchy hat auch Julie gewartet. Er ist auf meine Falle angesprochen. Julie hätte Keto töten müssen. Julie hätte Keto wirklich töten müssen. Warum nicht? Der Timer hätte... Der Timer wäre durch. Wenn Julie Keto gekillt hätte, wäre O2 abgelaufen. Warum hat sie es nicht getan? Das ist eine Leiche. Jetzt muss einer mitkommen. Leute. Wenn ich jetzt mit dem Imposter alleine hier hinten bin. Jetzt bringt Julie mich um und dann haben sie dich. Okay, es muss eigentlich Julie sein. Scheiße, Jasper. Wer von den beiden ist es? Habe ich den Fall falsch gelöst? Ich weiß, also Julie stand bei uns, ne? Ich denke mal, der letzte, der gestorben ist jetzt irgendwo rechts gestorben, ja? Weil ich habe auf dem Admin-Ding vielleicht ein paar Leute rechts gesehen. Eventuell, unter Umständen. Wen hast du gewohnt? Das sage ich noch nicht. Du bist Julie geworden. Dadi, du bist doch sogar mit mir nach unten gelaufen. Ich wollte nach rechts gehen, um zu gucken, okay? Weil ich wusste, dass da von welche Leute kommen. Und dann kam nur Julie von da. Und dann eine Leiche ist drüber. Und wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Ah, aber warum soll ich es dann sein? Beide Imposter haben wirklich die Leiche des Anderen gefunden. Das ist so ärgerlich. Das ist natürlich der... Also das Keto, oder wie? Ne, du und Tau Tau. Hä? Doch. Ich riskiere es. Ich riskiere es. Ja? Julie, warum standest du denn noch mit Dalu und mir da beim Reaktor und danach bei den Camps rum eigentlich? Weil ich, weil sie mich killen wollte. Nein, ich bin auf die Map gegangen und habe geguckt, wo die nächste Task ist. Und wo ist die? Keto, ich sag dir jetzt, wie es ist, ja? Elektrik gehen. Wenn du mich jetzt anlügst, spielst du nicht mehr mit. Bist du's? Hast du den Mod gemacht? Ja, wie jetzt? Ja, das ist die Frage. Achso, nein, ich habe ihn natürlich nicht. Ja, gut, dann muss es ja Julie sein. Wow, was ist das? Also war Eraser die ganze Zeit bei dir, Dalu? Also die ganze Zeit? Eraser ist es safe nicht. Also hundertprozentig nicht. Bin ein ehrlicher Bürger. Wenn wir Dalu glauben, dann muss es halt Keto sein. Nein, Moment, aber ich habe Julie gevoted. Warum denn jetzt ich? Keto, wer hast du gewordet? Ja, weil, wenn wir Dalu glauben, er sagt Eraser ist inno. Das ist das einzig logische für mich gerade so. Okay, Julie, das stimmt schon. Also aus der Sicht. Wenn Dalu recht hat und sagt Eraser ist inno, dann muss es Keto sein. Aber ciao, Leute. Aber ciao, Ende, oder? Wir treffen uns in der Lobby jetzt, ne? Oder? Nee. In die Lobby? Bitte. Ja. Jawoll. Ich habe schade gedacht. Schön. Du hättest Keto noch töten mit O2, dann wäre die Runde auch vorbeigressen. Ja. Habt ihr wirklich eure gegenseitigen Likes gefunden? Ja, leider. Ich will noch einen Witz hören. Lass, Likes leben lassen. Haben sehr viele, die Tarsen. Ach, Julie. Bitte lass es nicht weg sein. In der Fischte. In der Finsternis habt ihr Keto gekillt. Also Dalu war es schon oben. Ja, so im Elektro, oder wie Julie? Im O2. Ich habe es nicht gesehen. Ja, O2? Also, ich bin mit Dalu schon rumgelaufen. Nee, stimmt nicht. Rance und Dalu waren hier die ganze Zeit oben bei den... Aber die Leiche liegt relativ nah dran. Bei Uploads. Bei O2? Ja, da war Julie nämlich auch. Ja, ja. Aber Julie hat den Müll gemacht. Man. Ob du Müll oder Upload machst, ist egal. Das ist genau am selben... Am selben Report von Julie. Ja, aber der Müll ist viel schneller vorbei als wieder. Ja, aber die Sache ist, wo bist du denn nachhin gerannt? Mit euch runter Richtung Elektro. Gebt nur noch geschaut, ob hinter uns noch wer nachgeht. Okay. Schneller Tod, keine Rücksicht auf Verluste. Tau, tau. Wer ist... Ja. Ja, Julie. Ich hab... Hey. Hallo, 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 ganz kurz. Ich hab der Cafeteria-Müll gemacht und hab mich runter zu O2 und da war Keto tot. Dann war nur Spaß. Dann ging Licht aus. Wow. Und auf einmal kommt der Call. Hab das Zahlenspiel gemacht, links. Das könnte jeder sagen. Wer ist denn am Anfang nach rechts gelaufen? Da hätte man sogar drauf achten können. Nur die Luz ist nach rechts gelaufen. Ich glaub, Keto ist am Anfang nach rechts gelaufen. Aber ich glaub, Dardosch auch. Ich bin Admin. Und dann bin ich... Nein, nein, nein. Ich bin mit Crunchy zusammen. Held, das kann nicht sein. Warum willst du dich mit mir gesehen werden, Dardosch? Wo ist Wechs hingelaufen? Ich hab ihn nie gesehen. Ich hab ihn nie gesehen. Das ist gelogen. Wechs, wo bist du gewesen? Wir sind bei Electrical. Also Dardosch nicht. Wechs ist immer verrechend. Dardosch mit mir rumzulaufen macht, macht dich cool, Leute. Ich hab den Move gemacht. Okay, ich war mal Wechs. Ich hab den Move gemacht. Ich bin wirklich gespannt, ob du mich genug Leute mitmachen. Jasper. Moment, habt ihr jetzt Wechs gewohntet? What the fuck? Warum? Hä, was hab ich verpasst? Zweiter von der Woche. Habe ich das nicht gehört? Zweiter von der Woche. Habe ich das wirklich nicht gehört? Hast du, ja? Warum haben die nicht mitbekommen, dass ihr Wechs rausschmeißen wollt? Wer macht das denn? Und werben wir rum? Okay. 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 Ein Double-Check. Können beide sein. Scheiße, natürlich ist hier keiner wie eh und je. Heidewitzka, der Kapitän. Ist das etwas schon wieder verdächtig? Weißt du was, was, was? Ne, schon gut. Ja, ist korrekt, ich glaube du bist der Mörder. Ach so. Die Leiche liegt Storage unten irgendwo. Also ich habe Report drücken, bevor ich die Leiche gesehen habe. Richtung Shields wahrscheinlich. Ich bin nach oben gegangen und dann Richtung Admin rein. Wie gesagt, also ich habe nicht, also ich weiß nur, Tautor hat O2 rechts oben ausgemacht. Tautor und der war noch in Admin, ihr könnt es bestätigen. Tautor, ich weiß aber nicht, ob du von oben nach oben gekommen bist. Ich bin an den Kameras. Ich bin von oben gekommen. Natürlich sagst du das. Ihr habt es ausgemacht, Kundran ist an den Filter entleeren gegangen und ich bin nach oben über Weapons, Cafeteria in Admin. Wo warst du, bevor du an den Kameras warst, Grants? Äh, da war ich doch dir hinterher gerannt. Wait, also ich habe gesehen, dass du nach links abgelenkt bist, bevor ich nach Electrical gekommen bin und das war bei dem einen Reactor links unten. Meinst du mich gerade weg? Ja, ich meine dich. Ich war oben. Wir sind vom Reactor oben, da wo wir auf Dardos gekommen sind. Ach so, ah ja, das kann sein. Du bist nach links gelaufen, hinter rechts, zu Dardos. Genau, dann bin ich in die Kamera. Wo war Dardos? Wo hast du dich mit Dardos getroffen? In Admin. Und da war Grants mit dir mitgelaufen? Nee, bei Admin war ich nicht. Nein, nein, nein. Also als ich in den Kameras warst, habe ich gesehen, dass Julie mit Grants alleine war und ich dachte halt, dass einer lebendig nur rauskommt, beide lebendig rauszukommen, dann ist Grants Dardos und der gerannt, deswegen dachte ich, dass Dardos stirbt, aber Dardos auch nicht tot gewesen. Stimmt, da kam Dardos noch ein G. Genau. Ähm, warst du die ganze Zeit jetzt in den Camps? Die ganze Zeit? Ja. Okay, dann muss Jasper oder Tautau sein. Warum? Die Razer und Tautau sind, glaube ich, auch zusammengegangen. Du warst O2 oben, ne? Mit Kunnen dran. Ich war O2 oben rechts, habe ich Tautau gesehen, danach habe ich die Blätter rausgehauen. Ja, okay, dann glaube ich, dass es Jasper ist. Ich glaube, dass es Jasper ist, aber vielleicht täusche ich mich dem Augenblick auch. Aber Dardos und Vex waren für mich halt safe. Ja. Wenn Grants die ganze Kameras war, dann kann es nicht gewesen sein. Tautau anscheinend eine Alibi mit Kunnen, weil Jasper hat einen Tee gemacht. Andersrum. Tautau hat den Kill gemacht. Ich glaube, es ist doch mehr als einer tot, oder? Das ist, glaube ich, ein Tautau-Move und ich glaube, das spreche ich auch mal an. Wenn ich jetzt überleben sollte... Scheiße, da waren zwei Stück. Holy shit. Ich glaube, Eraser hat gerade Dardos gekillt. Nee, Eraser ist mit mir doch gerne rumgelaufen, aber wir haben das halt in Absicht gemacht. Ich habe ihn Dardos gar nicht gesehen, aber ich bin die ganze Zeit mit Vex unterwegs. Ja, wir sind nach links abgebogen von der Cafeteria raus und den ganzen Weg nach unten gegangen, weil ich Angst vor meinem Leben hatte. Absolut korrekt. Und sind jetzt gerade erst eingekommen bei der Elektrik. Okay, aber warum kann Grants sagen, dass Eraser den Kill gemacht hat und Vex ins und sagt, nee, nee, geht nicht. Ich war mir sicher, dass ich... Ich habe ihn durchgehend mit mir laufen sehen. Warst du es damals schon gefunden? Ihr müsst ja direkt übereinander sein. Wir waren... Er war schon extrem nah und es war sehr ungemütlich für mich. Und das ist durchgehend gewesen und ihr seid aber nicht zum Licht gerannt. Wo seid ihr hingerannt? Doch, wir sind auch noch zum Licht gerannt. Ich habe mich dann gekommen. Wir sind jetzt gerade in Elektrik. Ich möchte... Ich habe eh schon ne Runde gejoked heute. Ich habe ja eh schon versaut. Ich möchte sagen, dass ich mir die Runde... Das heißt nichts mehr. Sicher, wenn das Tautau der Killer ist. aufgrund des Rundenstarts zweimal in Folge. Nein, 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 nein. Die Türen zumachen hilft genau, um Kill-Cooldown direkt am Anfang zu haben, bevor alle Leute den Raum verlassen. Das heißt, du schaffst relativ früh einen Kill, um dann, während alle sich um die Sabotage kümmern, den Kill-Cooldown wieder aufzuladen. Das ist ja das zweite Mal, dass das passiert ist und ich weiß nicht, wie viel Spielzeit alle anderen haben, um sich sowas auszudenken. Whatever, das kann ja jeder von euch. Aber das ist so ein subtiler und komischer Move, ich würde den Tautau zuschieben. Das ist aber fast schon auch crazy. Ey, will ich jetzt wirklich Daudos sagen, dass ich ein 100 IQ... Ne, ist ja nur 50, ich hab's ja rausgefunden. Auf geht's. Ja, ich weiß, Tautau ist so spannend. Das ist, das macht mich Daudos verdächtigt, dass er nicht gegen mich shootet, sondern mich lobt, ich wäre ein Poster. Das ist immer so, wenn er ein Poster ist, dann lobt er andere für ihre Poster-Plation, um sich abzulenken. Ja, genau. Mann, ist das ein guter Move. Alter, das mit den Türen ist so smart, Tautau, ey. Ey, was? Bei sechs Leuten voten wir, das weißt du auch, Eraser. Du bist der andere, oder? Ich meine, es ist raus im Zoo. Zweite Runde versaut, fand den Move trotzdem lustig. Und die Türen gehen nicht mehr zu. Da hat man direkt ein neues Meeting eingerufen. Nee, also man hätte jetzt natürlich killen können. Also wenn beide Imposter noch leben würden, hätte irgendeiner den Kill-Button gespammt. Es hätte sein können, dass Kundran es versucht hat, aber einen Meter zu weit weg war und dann doch in letzter Sekunde ab. Genau, aber es hätte ja sein können. Wenn du Imposter wärst, du kamst mit daher, du kamst aber nicht ran, du bist dann abgelaufen, damit es nicht so auffällig wäre. Ich glaube aber trotzdem, dass es Tautau war, bei dem, die Türen waren jetzt übrigens nicht zu. Ja. Nein, aber es kann, also es kann sein, dass die Runde gleich zu Ende ist. Ich habe jetzt leider keinen Witz mehr vorbereitet. Falls ich doch falsch lag, haben wir nämlich verloren. Ich wollte nur sagen, es war... Ja, es ist egal, ob du falsch lagst oder nicht. Wir würden so oder so verlieren. Es war schön, mit euch auf diesem Schiff zu sein. Ja, auch an die Toten, die wir rausspülen mussten. Und ja, mal schauen. Es war mit Ehren nicht als erstes zu sterben. Es war mit der Ehren zwei Runden hintereinander, die Crew ins Verderben zu stürzen. Hell yeah! Ja, auf geht's! In neue Abenteuer. Wen holt er jetzt? Vielleicht weil er killt ihn, Grants. Wieso denn mich? Weil dann vorbei ist. Ah, shit. Ich hätte doch wegskillen können. Ja, aber du warst es dir. Hier, Grants hatte dich schon gesehen und dadurch hat er dich auch... Also wir wissen alle, dass du es bist. Ja, aber... Es ist wirklich... Ernsthaft auf mich gehört. Doch, es ist wirklich schon durch. Wir wussten es, dass es wird schon relativ lang. Deswegen ist es für die YouTube-Folge. Nee, wir haben geblufft, aber gut, dass du nicht selber votet. Er ist es wirklich! Er hat niemals selbst gewotet. Er dachte, wir haben ihn überführt. Wir haben ihn... Wusste, dass ihr mich hier nur spammen wolltet. Das war klar, dass es weiter geht. Tau, Tau, aus dem Totenreich. Mach die Tür zu. Das war doch mal. Scheiße. Ja! Er ist gerade aus dem Wind gekommen, glaube ich. Wo hat er denn gekillt? Wo liegt die Leiche? In der Cafeteria. Eraser, wie lange hattest du noch Kugel da oben? Ich hätte dich doch einfach killen können. Nein, nein, nein. Du bist da schön von wahrscheinlich Madbane Camera Room gewendet. Dann haben wir uns getroffen. Dann hast du mich verfolgt. Dann habe ich dich ausgetänzelt. Hör doch auf! Hör doch auf! Die Sache ist, Kunran war gerade ne mindestens Kugel rechts. Scheiße! So ein Quatsch. Ich hätte dich doch einfach killen können. Wir standen doch neben Nadler. Moment, wir waren die ganze Zeit da vorne. Ja, fast die ganze Zeit. Du warst einmal kurz weg. Bin ins Cockpit gelaufen. Also erst habe ich Meteoriten abgeschossen. Danach waren wir beide im Cockpit. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Eigentlich habe ich auf Kunran die ganze Zeit aufgepasst. Achso, Mann. Ich würde so gerne jetzt Eraser voten und dann entscheidet sich auch auf dem Thumbnail 1000 IQ oder 1 IQ stehen. Wenn Dalu und Seths playt, Grends. 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 Der ist ja... Er hat sich ja auch eben selbst gefautet. Ja, eben. Warum sollte er sich selbst voten halt? Da-dum. Grends? Grends? Bitte nicht. Warte, es war nicht Grends? Nee, Grends kann es nicht gewesen sein. Ja! Grends? Grends? Wieso denn ich dadurch? Tauto hat mich getötet. Ich war am Button. Hab den gespammt. Tauto tötet mich. Du Insta-Report. Wie kannst du das nicht gesehen? Das Licht war ja aus. Aber du stehst drauf und sagst, es war Eraser. Ja, ich dachte, ich hätte Erasers Beine noch gesehen. Das war super. Bis zum nächsten Mal, deine R DC. Nurte geht doch wieder. Ved löser sie Chiffrämmen! Wo ist, wie war ein.